Einen Termin vereinbaren. Guten Tag, hier ist Klinikum Großhadern. Mein Name ist Maya. Was kann ich für Sie tun? Hallo, Mühle. Ich habe oft Bauchschmerzen. Daher brauche ich eine Untersuchung. Daher brauche ich eine Untersuchung. Waren Sie schon einmal bei uns? Nein, leider nicht. Wäre es möglich, einen Termin so bald wie möglich zu bekommen? Wäre es möglich, einen Termin so bald wie möglich zu bekommen? Haben Sie auch Fieber oder anderen Beschwerden? Nein, ich denke nicht. Können Sie morgen um 9 Uhr kommen? Können Sie morgen um 9 Uhr kommen? Ja, morgen habe ich Zeit. Sehr gut. Wie war der Name nochmal, bitte? Sehr gut. Wie war der Name nochmal, bitte? Müller, Thomas Müller Müller, Thomas Müller Also Herr Müller, bitte essen Sie nichts vorher, damit wir eine Blutuntersuchung und Ultraschall machen können. Also Herr Müller, bitte essen Sie nichts vorher, damit wir eine Blutuntersuchung und Ultraschall machen können. Danke auch, Herr Müller und auf Wiedersehen. Danke auch, Herr Müller und auf Wiedersehen. Hallo, ich habe einen Termin um 9 Uhr. Hallo, ich habe einen Termin um 9 Uhr. Guten Morgen, warten Sie kurz. Guten Morgen, warten Sie kurz. Sind Sie Herr Müller? Sind Sie Herr Müller? Ja, das bin ich. Ja, das bin ich. Warten Sie bitte im Wartezimmer und füllen Sie dieses Formular aus. Herr Doktor kommt gleich. Herr Doktor kommt gleich. Also muss ich meine Daten in diesen Apparat eingeben. Also muss ich meine Daten in diesen Apparat eingeben. Name, mein Name ist Thomas Müller. Name, mein Name ist Thomas Müller. Geburtsdatum, ich bin am 1. Dezember 1984 geboren. Geburtsdatum, ich bin am 1. Dezember 1984 geboren. Geschlecht, natürlich bin ich männlich. Geschlecht, natürlich bin ich männlich. Adresse, Telefon, E-Mail. Okay, ich muss alles ausfüllen. Adresse, Telefon, E-Mail. Okay, ich muss alles ausfüllen. Wie bin ich versichert? Ich bin bei der Techniker Krankenkasse. Das ist eine gesetzliche Kasse. Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Nein, habe ich gar kein Problem mit meinem Kreislauf. Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Nein, habe ich gar kein Problem mit meinem Kreislauf. Bluthochdruck? Ja, mein Blutdruck ist ein bisschen hoch. Ich muss mich um meine Ernährung kümmern. Ich muss mich um meine Ernährung kümmern. Angeborene Herzfehler? Nein, habe ich nicht. Angeborene Herzfehler? Nein, habe ich nicht. Schlaganfall? Nein, nein. Schlaganfall? Nein, nein. Blutgerinnungsstörung? Auch nein. Blutgerinnungsstörung? Auch nein. Neigung zu blauen Flecken? Manchmal aber nicht oft. Neigung zu blauen Flecken? Neigung zu blauen Flecken? Manchmal aber nicht oft. Rheuma? Wieder nein. Rheuma? Wieder nein. Lebererkrankung? Hepatitis? Nicht sicher, aber ich denke nicht. Lebererkrankung? Hepatitis? Nicht sicher, aber ich denke nicht. Lungenerkrankung? Asthma? Wieder nein. Lungenerkrankung? Asthma? Wieder nein. Anfallsleiden? Epilepsie? Nein, nein. Anfallsleiden? Epilepsie? Nein, nein. Diabetes mellitus? Diabetes mellitus? Ja, habe ich leider. Diabetes mellitus? Ja, habe ich leider. Ich muss mich mehr um mich kümmern. Ich muss mich mehr um mich kümmern. Tumorerkrankung? Krebs? Nein, nein. Tumorerkrankung? Krebs? Nein. Thrombose? Auch nein. Thrombose? Auch nein. Organtransplantation? Nein. Organtransplantation? Nein. Tumorerkrankung? Wieder nein. Tumorerkrankung? Wieder nein. Nierenfunktionsstörung? Nein, nein. Nierenfunktionsstörung? Nein, nein. Schilddrüsenerkrankung? Nein. Schilddrüsenerkrankung? Nein. Magendarmerkrankung? Nein. Magen-Darm-Erkrankung? Nein. Schwangerschaft? Nein, ich bin keine Frau. Schwangerschaft? Nein, ich bin keine Frau. Die Liste ist ziemlich lang, aber endlich bin ich fertig. Die Liste ist ziemlich lang, aber endlich bin ich fertig. Herr Müller, gehen Sie bitte ins Zimmer. Fünfte Herr Dr. Franz ist für Sie da. Herr Müller, gehen Sie bitte ins Zimmer. Fünfte Herr Dr. Franz ist für Sie da. Guten Morgen, Herr Müller. Ich heiße Franz. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, Herr Müller. Ich heiße Franz. Was kann ich für Sie tun? Dürfen... 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 Vielen Dank.